Eeeehnt 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 Oh Gott Ich weiß gar nicht wie ich ihn spiele Ich auch nicht Eeeehnt Oh Mann, ich verpass mal Eeeehnt Reeder Exklusive Action Helden gegen Schurke Man muss kein Kampfdroide sein Um heute seinen Schöpfer zu bedecken Die Stifterin Sie ist hier Die erste Ordnung ist nicht aufzuhalten Du bist unterlegt Och komm Ein runtergeworfen Ach Mann Runterwerfen Ey Das ist ja auch wieder so ein Ding Oh shit Oh fuck Oh fuck Ich bin leider runtergeworfen Ich bin leider nicht g Ja da kannst du nichts für So Luke Skywalker ist ein harter Gegner Leider Also wenn man gut spielen kann dann ist Luke Skywalker echt hart Nein ich kann nichts sagen Ich hasse da wohl das aus Ausdauer Nach ihm Nach mir das ausdauer Ich hasse ihn Anakin's Ausdauer ist nicht viel besser Doch Anakin Ja ich bin Anakin's Ausdauer Für dich Luke ist insane was er ausdauer geht Oh Gott Untergefallen Ja Nein Er ist weg Er ist weg Er hat sich selbst repariert Er hat sich gedacht er geht erstmal Nein Er war nicht im Radius Vergiss nicht deine Wut Ich wollte kurz sagen Er ist weg 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 Ich hab keine Ausdauer LOL Nice Alter Zehn Plätzen Holy shit GG Alter Das ist wirklich GG What the fuck Er ist beide auseinander gedämmt Er ist so schwer zu spielen Ich weiß Ich mag ihn eigentlich aber er ist so schwer zu spielen Ohhhhh Noch einen den ich sehr schwer finde zu spielen Pssst Ich seh jetzt schon wieder dass du gleich wieder unten bist Ich seh ich auch Kann das schon wieder dazu bekommen Oh Oh Nein Wie Skywalkern näher sie Alter Der Duolant ist ja doch echt extrem Ich bin zwar nicht tot aber ich hab den Weges in Ordnung die Schaden gemacht hier Der gibt nicht mal volles Leben hoch Der Duolant ist echt extrem Ich glaub da will ich runter werfen Ich muss da aufpassen Ja Der kann das mit seinem Ende grad weg Oh 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 Das war knapp Äh Oh Es muss nur so wenig leben Dein Luke hält sich jetzt grad zurück Nein Der ist nicht gut Der ist nicht gut Okay Hat irgendwie noch geklappt Komm her Baby Ich hasse dich zwar als Gegner Luke aber ich mag dich als Spieler Komm her Nein! Oh! Oh! Oh, Alter! Der hat mich gekillt mit dem Machtschub, ne? Okay, Luke ist nicht mehr ganz, also er hat nur ein bisschen mehr als drei Viertel. Ich lade aber keine Ausdauer mehr auf. Äh, nicht mehr, nicht mehr mehr als Viertel. Äh, was sag ich nur, ich lade nur ein bisschen mehr als Viertel, ey. Ich lade keine Ausdauer mehr auf. Du darfst, du darfst nicht blocken. Du kannst auch noch nicht blocken. Wenn du keine Ausdauer mehr auflegst, dann darfst du nicht blocken. Du musst dein Block unterliefern. Wuuu! Wuuu! Nice! Feier bist du heute hier, Niki. Kylo, 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 Kylo! Weißt du, den krieg ich? Ne, den krieg ich jetzt Kylo, weißt du? Ja, und ich krieg diesen B, äh, B-Dings da, wo ich da. Den B auf 9. Oh, nee! Oh, nee! Wieso krieg ich den Probe einfach? Ich hab noch keinen Wicht. Ja, genau! Ich hab noch kein Lichtschwert heute gesehen. Ja, Ende wie Elende, ne? Wie, ich klick mal hier rüber. Du, ich bin tot. Kommst du auf, ne? Einfach, aber effektiv. Oh, oh, oh! Oh, oh! Ich lande! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Keine Chance! Das heißt, wir haben keine Chance! Da waren wir beide nicht, wirklich, ey! Wir haben Kylo, Kylo, Kylo! Kylo! Wir haben drei Lichtschwerter! Drei Blaster und... Drei Blaster und... Schock... Ty... Also... Schockstocken und drei Lichtschwerter, also... Ah! Was? Es ist wirklich geschehen! Ich hab's ja nur was gesagt! Ich hab's vorher gesagt! Es ist geschehen! Ich hab's vorher gesagt! Ja, was mach ich jetzt? Ja, hau auf! Rollen, 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 rollen... Ich bin von der Kategorie immer Yoda, ne? Räum' mal da rüber! Okay! Guck mal, Ender King geht schon da rüber! Alles gut! Ich bin da sowas von... Nnnn... Im Keller! Bin tot! Er mich runtergehauen! Und dann mach! Oh! 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 Nice! Alter! Nice! Na, komm her! Ich werde dir die Sache erleichtern! Langsam reißen wir! Oh! Du wirst keinen schönen Tod sterben! Hm... Können wir reden! Ach, Alter! Oh! Du bist ein Ärgernis! Du musst mich auf der dunklen Seite korrumpieren lassen! Du hast deine Wahl! Oh! Stirn! Stirn! Wir haben schon verloren! Wir haben schon verloren! War der ernst da... Nee, war der nicht noch... Oh! Was? Ich hab schon stärkere Gegner getötet! Forder mich nicht heraus! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich durfte auch mal glänzen. Das ist herabwürdigend. Das ist herabwürdigend. Dass ich jetzt Top-Hate bin mit dieser... Kleine, kleine Lange. Weißt du, vorher mit Darth Vader und Count, ne? Die... Also Count kann ich ja gar nicht wirklich spielen. Aber ich hab's trotzdem irgendwie geschafft. Hm. Und Vader. Also Vader hast du echt richtig gut gemacht. Und Count eigentlich auch. Hast die echt gut auseinander genommen. Dafür hast du jetzt das beide ganz gut auch zueinander genommen. Das Lustige... Auch für dich, ne? Ja. Das Lustige ist... Ich hab die immer dann auseinander genommen, nachdem ich die volle Animation gespielt habe. Das fordert mich nicht heraus. Baba... Das war bei beiden. Oh. 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 Ja, weiß ich nicht. Ja? Die größten Helden der Galaxis. Ihre tödlichsten Schotten. Alle in einer epischen Schlacht für die Ewigkeit. Kein Grund zur Bescheidenheit, Kind. Setze deine Talen... Ja, sehr. Ja, sehr. Du magst es, einen Siss herauszufordern? Oh. Sie verstecken sich! Alter Guck jetzt hoch, aggressiv Knie nieder vor mir Alter, Junge Ey, ach man Ey, ist das ein Arsch, ey Was los? Der haut mich die ganze Zeit mit seinem Machtschub da immer in die Auszone und dann schlägt er mich, bevor ich wieder reingehen kann Wie du siehst, sind meine Kräfte in deinen weit überlieben Also gib auf Oh, ich hab noch eine Weichmitte Ich werde nie zu dunklen Seite gehören Ich bin ein Jedi Ich bin das gute Ich bin das gute Du solltest fliehen Was? Der Blitz hat getroffen Die beiden der Reichweite sind drin gewesen Oh Mann Ja, Luke hat mich nicht aus dem Bereich rausgehen lassen können Hm? Ja, er hat mich aus diesen 10 Sekunden aus den außerhalb des Bereich immer geschleitert und er hat mich nicht rausgehen lassen Oh wow Ja 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 Mhm 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 Das war jetzt Anakin, ne? Ich mein, klar, gerne Es ist ja nur so, dass Bereiche Spannschwäsche sind Oh Mann, ey Oh Mann, ey Oh Mann, ey Wie greifst du jetzt an? Anakin oder? Han? Mann Bitte bis zum rate Spern Shun Find Fass 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 Ich finde das blöd, dass man das machen kann und er hat das nicht geblockt, natürlich. Ich guck euch von den Fernern aus, das ist so doof, das ist wirklich so doof und er ist schon wieder nicht in diesem Block, ach das ist so doof, einfach nur. Ah, deine scheiß Fähigkeit juckt mich nicht einfach. Ich bin jetzt nicht gefallen. Das ist das, mein ich, das ist doch bescheuert. Das ist das, mein ich, das wäre leichtsinnig. Das war mir viel, was ich hatte, das war mir jetzt. Ich bin jetzt in meinem Falle, ich bin weiter... ...eine Seite, das war mir einfach. Du bist ein Ärgernis. Macht das nicht. Ich meine, er ist im Nachteil, dir kann es egal sein ob er stirbt oder nicht. Nein, Laura. Ist das nicht? Na ja, was für die Bildwester? Nichts. 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 Ich glaub sie blocken, kämpft gefälligst. Ich werde dir die Sache landen. Ich werde dir die Sache landen. Weil ich mehr Leben hatte als er. Die Knutschkugel weg, Nicky. Gott sei Dank. Nein, warum? Ja, ich bring mich dann jetzt schon mal um, ne? Nein, du musst mindestens einen übernehmen. Er ist klein, aber mächtig. Geht kein Risiko ein. Oh, was? Ihr habt drei HP. Willst du mich verarschen? Ich hatte drei HP. Huuuuh. Vergisst du die Minen nicht, ne? Hinter dir. Habe ich doch hier. Hinter dir. Naja. Und vor, ne vor mir ist Anakin. Ah, naja, dann sind die Dioda. Dioda. Hast du grad auf Dioda ne Dioxys-Gran abgebrochen? Ne, ich wollte eigentlich Anakin nur werfen. Kann auch nichts dafür, wenn er da rumwimmelt. Ja, hat sie nichts gemacht. Hat sie gar nichts gebracht. Ja, die machen eigentlich so viel Schaden. Ja, vier Lichtschwerter und drei Blaster und ein Palpatine. Ne, vier Blaster und ein Palpatine. Und du hast Papa Palpatine. Oh Gott. Oh Gott. Ah, dann viel Spaß, Nikki. Ach, mit dem Hahn. Wenn er da ist. Diesmal entkommt ihr nicht, Count Du. Oh Gott. Ja, ich bin los. Das war der Messig. Hup, was war das da denn? Es gefällt mir gar nicht, dass es soweit gekommen ist. Du wirst dein Handeln überdenken. Das Problem ist, leider Obi-Wan ist der perfekte Gegner eigentlich für Count Dooku. Ja. Obi-Wan kann ich Count Dookus Fähigkeiten einfach deaktivieren und es Count Dooku quasi macht los. Jo, das war Folge 4.